Das Förderzentrum Plan B wird finanziert durch das Jobcenter Dortmund. Alles, was im Förderzentrum Plan B passiert, geschieht in Abstimmung mit dem Jobcenter Dortmund. Das Förderzentrum ist ein vom Jobcenter Dortmund finanziertes Projekt, an dem mehrere Bildungsträger beteiligt sind. Dazu gehören die DoVEG, der Werkhof, die Stadtteilschule, die Stadt Dortmund und Grünbau als Federführer. Das Förderzentrum wurde ins Leben gerufen, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf den Weg in eine berufliche Zukunft zu helfen. Die Teilnehmer können erste berufliche Erfahrungen sammeln, sich orientieren und an verschiedenen Angeboten teilnehmen. Folgende Berufsfelder und Projektbereiche gibt es im Förderzentrum. Metall Farberaumgestaltung Schick und schön Wirtschaft und Verwaltung Ökologischer Gemüseanbau Hotel- und Gaststättengewerbe Lagerhandel-Logistik Lagerhandel-Logistik Pflege Pflege Umweltprojekte in Kooperation mit dem Umweltamt und der Stadt Dortmund Musik Neben den Berufsfeldern und Projektbereichen können unsere Teilnehmer auch an flankierenden Angeboten teilnehmen, wie beispielsweise Sport- und Kochangebote, Gesundheitsorientierung, Entspannung, Deutsch und Mathematik Förderunterricht sowie Deutsch als Zweitsprache. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Förderzentrums ist das Jobcoaching. Hier werden die Teilnehmer ganz individuell im Bewerbungsverfahren unterstützt. Dazu steht ein eigenes Jobcoachingbüro mit Beratungs- und Schulungsraum sowie einem kleinen Fotostudio zur Verfügung. Die Teilnehmer erstellen bei Einzelterminen mit Hilfe ihres Coaches Bewerbungsunterlagen und werden auf Tests und Vorstellungsgespräche vorbereitet. Die Jobcoaches organisieren mit den Teilnehmern zudem Praktikumsplätze, nehmen Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern bzw. Ausbildungsbetrieben auf und begleiten alle Teilnehmenden auf dem Weg in Richtung Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulplatz. Das Besondere am Förderzentrum ist, dass jedem Teilnehmer ein fester Sozialpädagoge zur Seite steht, der ihn durch den gesamten Förderzeitraum begleitet und ihn nach Kräften bei der Umsetzung seiner Pläne versucht zu unterstützen. Die Sozialpädagogische Betreuung ist immer erster Ansprechpartner. Mit ihm führt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mehrere Gespräche, um gemeinsam abzustimmen, an welchen Stellen er oder sie individuell Hilfe und Unterstützung benötigt. Die смотрите, die Untertitelung im Auftrag des ZDF, die Untertitelung im Auftrag des ZDF, die Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, bis zum mit праздungsbeginn. Wir haben ihren Zentrum today und alle anderen Seite schon ein, bis zum mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017